Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout Reports. Wer meinen Kanal kennt und schon Videos gesehen hat, der weiß, dass ich hin und wieder auch Produkttests mache, in letzter Zeit häufiger für die Firma EcoFlow. Ich bin Affiliate-Partner der Firma EcoFlow und habe das Vergnügen, muss ich sagen, neue Produkte vor Markteinführung zu bekommen, um diese zu testen und dann meine Meinung kundzutun. Leider war es so, dass in der letzten Produktvorstellung zur River 2 Pro einige Kommentare unter dem Video gepostet wurden, die ich so nicht in Ordnung finde und weil ich keine Zeit habe, auf jeden Kommentar einzeln einzugehen, möchte ich hier einfach ein paar grundlegende Dinge dazu sagen. Erstens, ich bin Affiliate-Partner von der Firma EcoFlow, bekomme für alles das, was meine Community über meinen Link bei EcoFlow kauft, eine kleine Provision, aber wichtig, es ist für euch deshalb nicht teurer und ich komme ja auch in den Genuss von Gutscheinen, womit ich euch dann auch nochmal einen Rabatt verschaffen kann. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, mir wurde unterstellt, ich würde alles positiv bewerten, weil ich es ja dann auch geschenkt bekäme. Dazu muss ich sagen, ich habe mir vorher reiflich überlegt, ob ich die Produkte der Firma EcoFlow propagieren möchte und habe sie auch vorher getestet und alles das, was ich bisher kenne und getestet habe, macht einen guten Eindruck und erfüllt den Zweck, für den es angeboten wird. Insofern kann ich nicht sagen, dass die Produkte schlecht sind. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn dann Leute anonymisiert Kommentare verfassen, die die Produkte schlecht machen, ohne erstens ihren Namen anzugeben und zweitens zu begründen, was schlecht ist und dies auch zu beweisen. Ich habe überhaupt kein Problem, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und ich gehe auch mal davon aus, dass auch bei der Firma EcoFlow das eine oder andere Mal in die Hose geht. Das ist bei jedem Unternehmen so, aber diese anonymisierte und dann auch noch im Grunde nicht bewiesene Behaupterei, die mag ich nicht und die werde ich auch in meinem Kanal nicht dulden. Wer irgendetwas zu sagen hat, der soll mir das belegen, der soll mir das beweisen, mit dem diskutiere ich gerne und wie gesagt, ich kann ja auch nur über die Produkte sprechen, die ich selber bisher ausprobiert habe und da bin ich eben sehr zufrieden. Aber grundsätzlich, wenn ihr Probleme mit der Firma EcoFlow habt, dann lasst es mich bitte wissen. Ich habe einen guten Draht dorthin, dann werden wir diese Probleme klären und hoffentlich auch lösen können. Das kann ich nicht versprechen. Ich kann aber versprechen, dass ich mich dafür einsetzen werde und wenn mir jemand beweist, dass irgendein Produkt irgendeinen Mangel hat, ist das für mich auch in Ordnung. Aber diese reine Behaupterei, aus welch Gründen auch immer, das ist mir auch fast schon egal, was die Gründe sind, die werde ich, so gut ich das kann, unterbinden, denn das finde ich nicht in Ordnung. Und ganz davon ab finde ich es eh nicht in Ordnung, wenn jemand sich anonym in irgendeiner Form äußert, entweder ich habe eine Meinung und stehe dazu, dann kann ich auch meinen Namen hinschreiben oder ich sollte meinen Mund halten, denn Leute, die aus der Anonymität schwach sind, verbreiten, gibt es schon genug. Ja, das war alles, was ich dazu zu sagen habe und insofern hoffe ich, dass diese Kommentare jetzt unterbleiben. Ansonsten muss ich sie halt löschen. Wer also konstruktive Kritik äußern möchte, wer mir über EcoFlow Produkte gerne Auskunft geben möchte, aber bitte nicht Behauptungen, sondern bewiesene Tatsachen, der kann dies gerne tun. Wenn es andere Produkte betrifft oder wenn es die Produkte betrifft, die ich auch teste, dann kann ich da nochmal nachschauen und da vielleicht auch nochmal gezielter was machen. Aber ansonsten bitte ich einfach darum, sachlich zu bleiben und auch nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und da kam zum Beispiel auch jetzt die Forderung, doch die River 2 Pro mit einem Heizlüfter zu betreiben. Die River 2 Pro hat 768 Wattstunden. Ein Heizlüfter oder den Heizlüfter, den ich hier habe, der hat zwei Kilowatt. Das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn, der ist viel zu groß, um ihn an der River 2 Pro zu betreiben. Aber dafür ist sie auch nicht vorgesehen. Sie ist vorgesehen für Notebooks, für Kühlschränke, für kleine Kochfelder, für Heimwerken, für den Modellflugplatz und für was auch immer. Hier habe ich jetzt nochmal gerade rausgesucht ein paar Gerätelaufzeiten für euch. Die lese ich jetzt hier von dem Datenblatt von EcoFlow ab. Also ich habe das nicht alles selber getestet, aber das kann ja dann jeder machen und auch sagen, wenn es nicht stimmt. Also zum Beispiel ein Telefon mit 11 Wattstunden an der Buchse Typ C kann 57 Mal geladen werden. Eine Kamera mit 16 Wattstunden Kapazität kann über USB 39 Mal geladen werden. Eine Drohne mit 40 Wattstunden kann am Typ C Connector 15 Mal geladen werden. Der Laptop mit 60 Wattstunden kann auch am Connector Typ C 10,2 Stunden geladen oder betrieben werden. Licht mit 10 Watt 23,7 Stunden am AC Ausgang, am DC Ausgang 60 Stunden. Ein 10 Watt Lautsprecher kann 23,7 Stunden betrieben werden. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch was Interessantes haben. Ein Reiskocher, den haben die wenigsten Leute. 1000 Watt kann 0,768 Stunden betrieben werden. Klar, der hat ja nur 768 Wattstunden. Eine 1000 Watt Kaffeemaschine auch nur 0,768 Stunden. Was haben wir noch? Einen elektrischen Grill, 1150 Watt auch 0,768 Stunden. Eine Mikrowelle, 1300 Watt, 0,768 Stunden. Eine 1400 Watt Kreissäge, 0,768 Stunden. Eine Heißluftfritteuse, 1500 Watt, auch 0,768 Stunden. So, da fällt mir ein, ich habe auch eine Fritteuse. Die könnte ich auch nochmal anschließen. Ja, das mal wieder ein paar Informationen für euch. Und wie gesagt, immer schön fair bleiben. Und wer was zu meckern hat, der möge bitte auch seinen Namen nennen, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat und was der Hintergrund ist. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, euer Robert Jungnischke.